Musik Wir machen heute hier die Krachparade. Das ist keine Party, das ist eigentlich die Demo, auch wenn es so aussieht, trotzdem haben wir Spaß dabei. Wir demonstrieren für mehr Lärm in München. Wir wollen Lärmschutzzonen, in denen wir ungestört Lärm machen können, weil die Stadt stirbt aus. Es gibt keinen Platz für junge Menschen, es gibt keinen Platz für Alternativkultur. Dafür kämpfen wir.